Einen wunderschönen guten Tag wünsche ich. Hallo und herzlich willkommen zurück zu G-Force-Agenten mit Biss. Sag mal, seit wann ist Muttsch denn so groß? Okay, gut. Lag wahrscheinlich daran, dass ich direkt vor einer Wand stehe. Egal. Ähm, muss ich hier mal kurz gucken, ob ich da irgendwie... Wie komm ich denn jetzt hier weg? Verschlossen. Und das bleibt die wohl auch. Okay, gut. Ähm, Maschinenraum? Ah, jetzt kann ich hier auch langfliegen, jetzt wo diese komischen Feuerspeinenden Feuerlöscher weg sind. Ich dachte echt, das sind Staubsauger. Hm. Okay, where I have to go? Wartet, es gibt doch da so eine coole Option. Ich bin selber leiser. Ernsthaft? Immun gegen alle Waffen. Bla, setzt Muttsch ein, um ihren schnellen Kiefern zu hinkommen. Oh, ich wusste nicht, dass das so einfach ist. Entschuldigung. Entschuldigung. Oh, Muttsch, bitte. Ich bitte dich glücklich. Ja, bin drin. Ähm, muss ich nicht. Ja. Nice. Bin drin. Okay, David, ich hab gerade nachgesehen und du hast eine knifflige Stelle vor dir. Du wirst alle drei Energiesockel aktivieren müssen, um das System zu überlassen. Verstanden. Okay. Alter, Dreis? Ich hätt gern zwei als... Piss dich! Oh nein. Mama. Nee. Jum. Oh, Ficken. Ähm. Was mach ich denn jetzt? Nimm Abstand! Corona! Okay, der eine ist tot. Oh, what is he doing? What is he doing? Doing, 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 doing! Warte mal, wo ist denn der andere? Ach, der hat denn wahrscheinlich nicht gequillt, ne? Oh, Mama. So, ich bin gleich tot. Ernsthaft? Schießt der gerade gegen ne Wand? Dein Ernst? Oh, scheiße. Schnell weg. Hammer. Oh, du kleine, miese... Ratte! Hilfe! Alter, der schlüpft mir den Po auf! Das ist nicht fair! Du Pisser! Was ist denn der so schnell? Ist doch nicht fair! Ich will das extra leben, aber... Das ist mega. Darwin, bitte. Ja, genau. Jetzt sind hier noch mehr Viecher. Ist klar. Dass er wegkommt, Alter. Ich bin hier unter der Treppe-Safe. Opfer! Okay, das ist aber... Alles so doof, wie er aussieht. Ciao! Boah, du Pisser! Boah, ist das ein Assi! Wie ist denn der drauf? Ey, das ist einer, der... ein Gegner im Spiel, ne? Ey! Ich bin in der Ecke! Das ist nicht fair! Schau mal, was von Fairplay gehört, Kollege! Hilfe! Hilfe! Was ist denn mit ihm? Aua! Boah! Sag mal! So! Ich fürchte, dass deren Garantien hiermit verfallen sind. Das hoffe ich. Ah, okay. Ich musste die besiegen. Ja gut, die waren aber auch nervig. Also von daher... Passt schon. Passt schon. Gut. Gucken wir mal... ...was hier so Phase ist. Die Plasma-Waffer kann mir Munition laden. Nice. Kann mir Munition laden. Okay, Lano-Hacker. Mal zwei. Mhm. Okay, 160 ist noch schwer in Ordnung. Gut. Gut, gut, gut. Alles klar. Alles klar. Gut. Dann schaue ich mal. Mein Magnetchen... Magnetchen. Wo... Wo muss das denn hin? Ach so, da oben. Aber wieso geht das nicht? Würdest du mich verarschen? Okay. Strange. Ähm... Where I have to go? Ich muss da rein. Vielleicht hätte ich einen anderen Weg gehen müssen? Was läuft denn da denn so krass? Okay. Ich, äh... Muss erst mal schauen, was ich hier so für möglichkeiten habe. Hallo, guten Tag. Willkommen bei McDonalds. Unsere Bestellung... Eure. Unsere. Okay, das ist jetzt auch... Nice. Ih, hör auf mich voll zu kacken. Weeuuu. Hi. Oh, der scheißt mich voll. Der wär's nicht. Imiiom. Maul. Egal. Imii... Ja. Aber wer schießt da? Imiiom. Wieder so ein Dyson-Ding. Weil der ist geschützt. Power. Von... Von was wird der geschützt? Da muss doch irgendwo noch der Probe einschüsselt sein. Okay, den hab ich schon benutzt. Meine, ja. Gut. Keine fünf Minuten. Na ja. Weeuuu. Was mach ich denn jetzt gegen den? Hey, wo kommen die denn auf einmal her? Das find ich nicht okay. Boah, sind die assi. Boah. Weeuuu. Boah. Gut. So. Boah. Ich will. Aua, bitte. Ich bin, ich bin echt cool in dem Game. Ich bin richtig krass. Warte. Ich kann ja nur... Ja. Boom! Anziehen halten? Äh? Ach so. Okay, gut. Entschuldigung, ich musste mich mal ganz kurz kratzen. Ich sag jetzt aber nicht, wo. Das seht ihr dann auf Onlyfans. Aha. Aha. Okay, aktiv. Okay, jetzt brauche ich da noch einen. Wo kriege ich denn den her? Wenn ich asken darf. Hallo, ich würde ganz gerne... Ui. Okay. Wieso geht das nicht? Was soll denn das? Ui. 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 Aua. Okay. Ähm. Überlaste die Produktionsanlage. Noach. Ich finde es schön, wie auch gleich immer dran steht, was ich dafür brauche oder was ich dafür machen muss. Richtig nice. Okay. Überlaste die Produktionsanlage. Ja gut, ich muss mal gucken. Oh, oh, oh. Warne ungefährliche elektromatische Strahlung. Elektromagnetische. Entschuldigung. 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 Geht jetzt damit irgendwas offen? Reicht das dann Energie? Tatsächlich. Hier ist jetzt die Luke offen. Aua. Gut. Okay. Ist ja die magnetische Strahlung noch da? Ja, tatsächlich. Okay. Okay, krass. Er hat sich einmal durchgeschummelt. Ähm. Naja. Okay, hier ist böse. Aua. Ja, aber ich komme da nicht lang. Hä? Jaja, das muss da rein. Ich verstehe. Aber woher soll ich es nehmen? Ich meine, ich kann es mir doch nicht einfach auf den Arsch ziehen. Und hier beginnt die elektromagnetische Strahlung. Warum auch immer. Und davon ab ist hier auch gar nichts. Und er fliegt auch jedes Mal dagegen. Hä? What do you want from me? What do you want from me? Muss ich eines dieser Dinger mitnehmen? Das ändert ja nichts, dass mir noch eines fehlt, ne? Aber ich kann hier rein. Hä? Was bringt mir das? Hier, warte. Das stimmt nicht. Irgendwas darin ist faul. Ich brauche so ein Ding. Habe ich mir von da nicht gerade eben eingenommen? Spawn die da einfach neu? Ich meine, hä? Ich meine, gut, ne? So einfach kann es gehen, aber... Ich muss gerade B gedrückt halten. Warte, ich muss meine Kamera justieren. Ich muss gerade B gedrückt halten. Das, das, das ist der Weg. Das, das ist der Weg. Das, das ist der Weg. Du musst zum Chip-Produktionsband und es zerstören. Der beste Weg dorthin? Es gibt eine Frachtplattform im Raum gegenüber. Die wird dich direkt zur Chip-Produktion führen. Aber du musst schnell sein. Speckles, was ist beim Kern los? Ich bin noch mit dem Virus beschäftigt. Saber hat der Software einige raffinierte Modifikationen verpasst. Aber ich glaube, dass ich sie knacken kann. Wo bist du? Bei der Frachtplattform und bereit, die Chip-Entwicklungszone stillzulegen. Sei vorsichtig, Darwin. Meine Scan zeige mir nicht, was du dort vorfinden wirst. Bleib dran, ich werde es nicht wissen lassen. Okay, krass. Das, das klingt ein bisschen bedrohlich. Hä? Achso. Ich habe Angst. Ich weiß nicht, was passiert. Sie betreten die Maschinenverarbeitung. Extreme Gefahr voraus. Wow, was war das denn? Jetzt geht's zur Maschinenverarbeitung. Okay, krass. Speichern? Ja, bitte. Lagebericht, Leute. Blaster? Schon was Neues von Saber? Bin ihm immer noch auf den Fersen. Aber wir haben jetzt noch mehr Gesellschaft. Das FBI ist auch im Haus. Geh denen aus dem Weg, Blaster. Vergiss nicht, dass uns niemand sehen darf. Verstanden. Ich habe ein komisches Gefühl. Bist du dir sicher, dass es keinen Weg hier raus gibt? Ich sehe nach. Ähm. Das war eindeutig zu knapp. Wieso das denn? Achso, ich muss extra drückt halten. Ähm. Lagerbericht, Leute. Blaster? Schon was Neues von Saber? Bin ihm immer noch auf den Fersen. Aber wir haben jetzt noch mehr Gesellschaft. Das FBI ist auch im Haus. Geh denen aus dem Weg, Blaster. Vergiss nicht, dass uns niemand sehen darf. Verstanden. Oh, krass. Ich habe ein komisches Gefühl. Hast du dir sicher... Nein. Dass es keinen Weg hier raus gibt? Ich sehe nach. Gut, umschauen. Könntest du bitte... Dankeschön. So. Das war eindeutig zu knapp. Die Steuerung ist halt auch so minimal im Feld halt auch echt nicht geil, ne? Ey, das ist halt krass, wie ich nichts sehe, ne? Das ist echt assi. Wenn ich ehrlich bin. Okay. Wie denn? Das ist kein Sinn. Wollen wir da noch gar nicht genug dafür, schau? Oh, ihr kleine Esserchen, ne? Oh, die wichsen mich voll. Ungeil. Ähm. Was ist das happening? Oh mein Gott. Das ist einfach so ein Jump'n'Run. Okay. Ähm. Ich glaube, ich bin hier... bei den Waschmaschinen. Oh, scheiße. Aua. Könnt ihr hier bitte raus? Ich finde das extrem ungeil. Okay. Oh Gott. Moment. Okay, passt. Ich dachte, ich hätte mich jetzt gedrückt. Oh, ne, du bist die, Alter. Ciao. Sehr gut. Boah. Kurz und knapp. Sehr interessant, wenn's keine Falle wäre. Großes Gesundheitspack? Okay. Okay, danke. Okay, okay, okay. Was? Was passiert jetzt? Kann das sein, dass wir einfach die ganze Zeit im Kreis waren? Ich meine... Weiß ich nicht. Ha! Alter, wie asozial! Toll! Ey, ich seh nix, du... Iks! Ja, es ist definitiv eine Waschmaschine! Seid bloß nicht drin, wenn das Ding angeht, D! Wow! Wow! Toll. Scheißstille. Toll. Ja, alles verloh. Ja, ist es doch. Ist doch doof. Ich bin nicht zu knapp. Hilfe. Hilfe. die Hausarztgeräte sind hier irgendwie reingekommen ja ja das ist schön wie ich das gelassen mit kleinen hässlichen Misten ja was jetzt Aua ich hab mein Jetpack aktiviert alter das ist schon assig was die hier machen mit mir ok alter du Ficker Lagerbericht Leute Lester noch was neues von Sabre bin ihm immer noch auf den Fersen aber wir haben jetzt noch mehr Gesellschaft das FBI ist auch im Haus geh den aus dem Weg Lester vergiss nicht dass uns niemand sehen darf verstanden ich hab ein komisches Gefühl bist du dir sicher dass es keinen Weg hier raus gibt ich sehe nach das war eindeutig zu knapp ich kann noch nie an es wird zwar noch nicht der Himmel ein aber große Metallstücke fallen runter und wo kommen die jetzt gleich die Hausarztgeräte sind hier irgendwie reingekommen ja scheiß mich dazu ist mir doch egal ja nice das ist eine Ahnung was hier zusammengeschraubt wird das überprüfe ich gerade ich glaube ich bin hier bei den Waschmaschinen da bitte Lagerbericht Leute Lester schon was neues von Sabre bin ihm immer noch auf den Fersen aber wir haben jetzt noch mehr Gesellschaft das FBI ist auch im Haus geh den aus dem Weg Lester vergiss nicht dass uns niemand sehen darf verstanden ich hab ein komisches Gefühl bist du dir sicher dass es keinen Weg hier raus gibt ich sehe nach das war eindeutig zu knapp das war eindeutig zu knapp die die haushaltsgeräte sind hier irgendwie reingekommen wo ist es hin wo ist es hin die 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 Geht doch. Puh, da ist eine Ahnung, was hier zusammengeschraubt wird. Das überprüfe ich gerade. Das ist nicht der Ernst. Ich glaube, ich bin hier bei den Wastballfilmen. Ich da bin... Lagebericht, Leute. Blaster, schon was Neues von Sabre? Bin ihm immer noch auf den Fersen. Aber wir haben jetzt noch mehr Gesellschaft. Das FBI ist auch im Haus. Geh den aus dem Weg, Blaster. Vergiss nicht, dass uns niemand sehen darf. Verstanden. Ich hab'n komisches Gefühl. Bist du dir sicher, dass es kein Weg hier rausgibt? Ich sehe nach. Das war eindeutig zu knapp. Das stürzt zwar noch nicht der Himmel ein, aber große Metallstücke fallen runter. Ich mag die Stelle irgendwie. So. Das überprüfe ich gerade. Ich glaube, ich bin hier bei den Waschmaschinen. Sehr gut. Okay, was kommt jetzt? Ach, jetzt kommt die Kacke. Tschau. So, und jetzt verschwindet die Plattform wieder, ne? Was kommt jetzt? Was kommt jetzt? Hilfe! Ich weiß nicht, was jetzt kommt. Oh Gott, ich bin in der Tramme. Ja, das ist definitiv eine Waschmaschine. Seid gelost nicht drin, wenn das Ding angeht, die. Oh, klar, ich auch. So, nein, nein, das will's nur nicht. Ja, aber hallo. Gut, dass du heil durchgekommen bist, Darwin. Wohin gehst du jetzt? Nach Hause. Und jetzt zum Mikrochick-Produktion. Hallo? Da ist sie, Alter. Mein Gott. Was ne... eigentlich coole Sache, aber ich war darauf nie vorbereitet. Freunde, tut mir leid. Aber an dieser Stelle An dieser Stelle werde ich meine Gesundheit auffrischen und meine Munition. Mich fürs Zuschauen bedanken. Und mich darüber freuen, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder mit dabei seid. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Bleibt dran. Ciao. Ciao.